Hey Leute! Ich hoffe, ihr habt mich vermisst! Ich bin's wieder, Keizuna Aihara! Hier mit meinem Walkthrough von Super Marissa World! Ja, und... Was kann ich noch sagen? Ich würde sagen, let's beginn erst mal! Ja, da sind wir wieder an der Stelle, dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und da fällt mir was ein. Leute, ich habe eine wirklich super, duper, mega, total unawesome Schreckens-Message und Dingsbums. Scheiße, mir ist das Wort entfallen. Wie war das nochmal? Kenntnis, genau! Schrecken-Kenntnis gemacht! Nämlich, bekommt man nur 100% in einem Level, wenn man 100 Sterne sammelt und gleichzeitig kein einziges Leben verliert! Ich dachte nur, what the fuck? Wollt ihr mich umbringen oder was? Also musste ich jetzt hier bei diesen zwei Leveln, dem Schalter-Message-Level und diesem anderen Level nochmal das Ganze machen, ohne ein Leben zu verlieren. Oh! Und glaubt mir, ey! Wie lange ich mir da den Arsch wund gesessen, die Finger blutig gezockt und mir die Lunge aus dem Hals geschrien habe, bis das endlich geklappt hat! Fangen wir erstmal an. Und, wie es schon erwähnt, ich muss jetzt kein einziges Leben verlieren! Ich meine, what the fuck is wrong with you guys? Ihr wollt mich umbringen! Zerstören! Na, komm her! Wuhu! Ich haffe die ultimative Power of Madness! Miku Sweet! For the win! Stirb, Maoli! Ach ja, Sterne sind doch immer gut! Na, 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 na! Ich haffe dich, Maoli! Ach ja! Da ist mir noch etwas... Äh! Oh! Scheiße! Scheiße! Das war nicht so toll, ey! Oh, Mann! Naja, aber was soll's! Ähm, jetzt im Moment ist es noch nicht so wichtig, dass ich Leben verliere! Ich werde schon noch aufklären, warum! Weil mit diesem Level fängt nämlich was Besonderes an! Ähm, und ich werde euch gleich mal zeigen, um was es sich da handelt! Naja, stirb! Ach, hier war es noch nicht! Hier daneben! Muhahaha! Weil, ähm, sonst würde es hier in diese Richtung weitergehen, hier nach rechts! Aber wir gehen ein bisschen vom Weg weg! Von... Uah! Von einem Weh weg! Da ist ein Pipe! Oh mein Gott, ich fahr runter! Doch nicht! Na, 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 na! Ähm... Na kommst du wohl! Dankeschön! Oh mein Gott! Neues Mitglied in der Fuzzle-Familie! Das ist... Das sollen die Brahms sein und... Ja, die knallen nämlich so auf euch runter! Und ich nenne sie Brutus! Die passen! Passt dazu! Brutus! Because... Brutus ist ein Name für Leute, die sacken! Wuhhhh! Mann, bin ich gut. So, gibt's hier noch irgendeinen? Nein, gibt's nicht. Waa! RUTUS, ich hasse dich! Ah, ich hasse dich wirklich, ey. Da, schaut mal. Ratet mal, um was es sich da handelt. Das ist nämlich ein SECRET EXIT! Bam, bam, bam! Ja, ab sofort gibt es jetzt nämlich SECRET EXITs, abgesehen von den normalen EXITs. Und, ähm, wenn ich hier bei World Zero nämlich alle SECRET EXITs sammle, finde, dann kann ich die Welten freischalten. Ganz toll! Hier hab ich eine neue Welt freigeschaltet. Das ist, ähm, World One, ICE World genannt. Okay, und jetzt kümmern wir uns um das eigentliche Thema. Normal EXITs mit 100 Sterne und kein Lebensverlust. Naja, ich versuche mal ohne Lebensverlust. Wenn nicht, dann muss ich das nochmal versuchen, wenn ihr, ähm, nicht gerade da seid. Oh ja, ich bin ein bisschen faul jetzt im Moment. Mauli, ich hasse dich. Ich hab' wieder die ultimative Miko-Suite. Yeah! Wir ziehen Reimu aus, damit wir stark sind. Muhahaha! Und BÄM! Na, 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 na. So. Ah, die Blauen sind so gemein. Die fallen sofort runter. So. Und hier haben wir den Besen. Ultimative Besen of Awesomeness. Das war knapp. Ach, du Scheiße. Oh, das war knapp. Oh, nicht zu Hause mal nachmachen, Leute. Ah, du, ah, du, ah. Ach, du blöd, Mann. Ich hasse dich. Scheiße. Gott. Ah, well. Eigentlich hatte ich keinen Bock, jetzt nochmal neu zu starten, aber Mauli hat mir alles versaut, das Arschloch. Ah! Zum Ergang. What the hell is wrong with you? You little bastard! Wir ziehen Reimu aus, damit wir stark sind. Stark für die Welt. Besser als Brot für die Welt. Stark für die Welt, statt Brot für die Welt. Das ist mein Motto. Okay, jetzt müssen wir warten. Der Grüne mag mich nicht. Scheiß drauf! Stürb, Mauli! Du und deine ganze Kameradschaft! Ich hasse euch! Boah, das war knapp. War gut. Sehr gut. Diesmal geht nichts schief. Das... Ja, genau. Ja, genau. Stürb, Warte, Bausch. Ja, genau. Stirb, Warte, Bausch. Oh, Scheiße! Nein! Ach, Manu, ich dachte, es würde klappen. Mann! Das ist das Beschissen an diesem Secret. Man kommt nicht zurück. Ist jedenfalls nicht, wenn man nicht den Broom hat. Und wenn man keinen Fehler macht, dann schafft man das auch. Aber ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht. Verdammte Kacke! Ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht.